Sportbund Rheinland auf den TSV Neubiberg-Ottobrum. Aufschlag der Begegnung ist um 14 Uhr in der Rheinland-Halle in Rehmagen. Und weiter geht es am Sonntagabend mit Eishockey in der Regionalliga West. Die EG Dietz-Limburg empfängt die Mannschaft aus Rating. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Eishalle in Dietz. Zum Schluss noch unser Aktiv-Tipp. Anlässlich zur Vortour der Hoffnung veranstaltet Carolin Hinks, die deutsche Stabhochspringerin, ihre Benefizmann-Lauung. Los geht es um 10.30 Uhr am Sonntag am Bahnhof in Oberwesel. Das war es wieder von uns. Bleibt sportlich und bis nächste Woche.